Kannst du es noch oder hast du es verlernt? Wieso lachst du nicht mehr? Du siehst so wunderschön aus, wenn du lächelst. Deine Augen strahlen und funkeln wie Diamanten. Deine Lippen sind ganz weit und ein großes Lächeln kommt zum Vorschein. Wieso hast du es dir rauben lassen? Denke nach, wer hat dir das Lächeln geraubt und wieso hast du es von dir nehmen lassen? Dein Umstand? Eine Person? Ich bitte dich von Herzen, lass dir deine Einzigartigkeit und dein Lächeln nicht rauben, nur weil etwas anders läuft oder du nicht so bist, wie andere dich haben wollen. Vergiss nie, wer dein Schöpfer ist und wer dir dieses Lächeln geschenkt hat. Gib dieses bezaubernde Lächeln weiter. Stecke andere damit an und zeige ihnen, wie wertvoll und einzigartig sie sind. Genauso wie du. Verfolio Abwech Wow 3 4 0 1 Vielen Dank.